willkommen zurück auf der land of italy ein bisschen abschalten in italien in der letzten folge haben wir hier die ballen eingesammelt und das sieht schon ganz gut aus hier auf dem wagen ich habe so ein bisschen angefangen da drüben weiter zu pressen bevor ich dann gestoppt und ausgemacht habe aber heute gibt es noch ein bisschen was anderes ich habe uns unter anderem auch noch ein bisschen mehr arbeit besorgt und zwar sieht es jetzt wie folgt aus ich habe ja gesagt vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr feldflächen und so dazu bekommen et cetera so und ich wollte mehr wiesenflächen damit wir auch schnell an silage kommen und ich habe jetzt noch mit dazu genommen hier die 41 die 16 und die 27 da ist tatsächlich jetzt stand hier sind wir in stufe zwei von drei im wachstum hier sind wir in drei von drei hier sind wir auch in drei von drei die 28 hatten wir schon und die 27 das habe ich aber jetzt zu spät gecheckt das gerade mal gras ausgesät das dauert noch ein bisschen aber das ist auch gut so dass diese unterschiedlich durchwachsen grad weil dann verteilt sich das jetzt ein bisschen über die nächste zeit wir haben immer mal wieder was zu tun und was mir dann auch noch aufgefallen ist das hatte ich gar nicht mehr auf dem zettel dass wir schon drei weitere getreideflächen zwei weitere entschuldigung dazu genommen haben die 12 und die 6 und die 6 ist hier nebenan deswegen wollte ich da mal vorbeifahren einmal gucken da müssen wir dann ja jetzt mal ran wenn wir hier schon dabei sind zu ernten und ich habe ja den klas jetzt am hof den würde ich gerne mal austesten würde ich sagen so in der theorie aber auch nur in der theorie kommt man hier durch es ist also auf der anderen seite aber da ist eine leitplanke da komme ich auch nicht durch okay hier geht es längs oder irgendwo müsste es hier durchgehen da jetzt habe ich allerdings den großen anhänger dran ich mache den mal eben kurz ab hier dann fahren wir mal kurz ohne anhänger rüber und gucken uns das an ich habe jetzt immer ein bisschen angst wenn ich hier manual attach nutze dass ich wieder frise aber passte so ich glaube da unten ist die fläche schon ich weiß nicht ob man von unten oder von oben anfahren muss hier von der seite würde es gehen jammann zaun da habe ich ja genau die falsche seite gewählt sehr gut und was wir da auch wieder drauf haben ein schöner großer strommast ja gut okay so hier geht es aber rein sehr schön auch kein tor dass uns den weg versperrt was war das hier noch für eine produktion zwar auch irgendeine produktion so von der seite kommt man hier dann ran alles klar dass also die fläche zwölf sieht gut aus finde ich schön durchgewuchert bisschen unkraut drin also ertrag dürfte hier so lala sein würde ich mal meinen na gut fahren wir mal weiter ich lasse den anhänger hier jetzt einfach stehen denn wir werden ja da drüben auch noch die ballen pressen und wir nutzen jetzt den fiat agri als abfahrer und fahren schon mal rüber zur sechs denn auf der sechs würde ich jetzt höchstwahrscheinlich anfangen wollen mit dem class den holen wir dann gleich mit dazu ich hoffe dass der keine probleme macht also beim new holland war halt tatsächlich das problem wenn ich den schneidwerkswagen angekoppelt habe dann ist das spiel sofort eingefroren und da war nix mehr zu wollen super ärgerlich aber okay ach dieses mal passt so zur sechs geht es hier lang wollen wir mal schauen wir haben jetzt also noch zwei weizenfelder zu ernten und drei wiesen zu mähen stück für stück okay hier ist dann offensichtlich die feld auffahrt ich frage mich ob es auf der anderen seite auch noch eine gibt weil das schneidwerk hier anzukoppeln wird interessant das wird interessant wenn ich mit dem drescher von hier komme hier rein fahre dann mache ich mir die echt die frucht kaputt ne hier sind graben laufen wir mal drum rum also wäre ich schon auf dem weg zum händler das auch gut wir haben den drescher ja beim händler zwischen geparkt hier ist auch ein graben dazwischen sehr schön warte mal bin ich jetzt auf meinem feld ja das feld hier nebenan gehört mir nicht was haben wir hier hier haben wir dinkel auch erntereif vielleicht sollte ich da noch mal gucken was das feld kostet was würden die denn dafür haben wollen hier 52.000 es wird wahrscheinlich auch nicht günstiger und ich könnte hier noch eine runde dinkel mitnehmen soll ich das machen soll ich noch soll ich noch weiter in den kredit reingehen ich meine bis jetzt hält sich das ganze in grenzen tatsächlich ist übersichtlich naja 370.000 komm wir gehen jetzt mal auf 500 hoch hier obwohl 470 das müsste ja schon reichen ich würde die fläche dazu nehmen und ein bisschen polster haben wollen weil es wird langsam knapp aber wir nehmen diese fläche jetzt mit dazu zack so haben wir auch noch dinkel sehr schön und wir haben hier so stück für stück die felder um die hoffläche herum 154.000 das ist mir das mit zu viel oder gehört dann auch der an der ist mein schafhof entschuldigung entschuldigung also die vier wäre mir zu teuer der rest hier oben das so stück für stück würde ich versuchen dass wir das dazu holen und den pferdehof muss ich sagen den würde ich auch gerne dazu haben hier sind noch wow guck mal die fläche 17 nicht groß aber super teuer krass und ertragsbonus hier erweitertes ertragspotenzial noch nicht mal so hoch naja ok die fläche 24 bestehend aus drei feldern wenn ich das richtig sehe mit einem super ertragspotenzial viel billiger wie geht das da hätte ich drei feldflächen auf schlacht dazu wow ach so das waren hier ah das ist wein das ist wein jetzt check ich es alles klar keine weiteren fragen euer herren so den linken müssen wir natürlich auch weg holen ist das hier ein befahrbarer weg für einen drescher geht er zu beiden seiten rum ja hier kommt man hoch ok das ist auf jeden fall kann ich das aufmachen jawohl jawohl das ist der weg wie wir mit dem drescher hierher müssen hier ist unsere wiese dann kann ich eigentlich obwohl hier komme ich mit dem schneidwerk wahrscheinlich nicht durch muss mal gucken wie wir es machen aber auf jeden fall müssen wir hier runter ok also komme ich durch die baustelle durch wahrscheinlich nicht ne ne ok hier ist schluss muss einmal eben den weg ablaufen hier damit ich weiß wie ich da hinkomme na das wird interessant das wird ne lustige fahrt ich bin ganz glücklich dass ich das lenkrad heute angeschlossen habe ich beschleunige mal ein bisschen dass wir hier jetzt nicht so ewig rum düdeln ok ist schon ein stück ich hatte gehofft dass ich hier hochfahren kann aber dem ist dann wohl nicht so ja ich weiß so schnell läuft natürlich kein mensch aber ich schon wie rum ist das schneidwerk da drauf so rum das ist glaube ich sogar gut na dann wollen wir mal rüber ist das schneidwerk angehängt ja ok gut wäre jetzt ärgerlich wenn nicht ich hoffe es ist auch gesichert auch da wäre es ärgerlich wenn nicht ist ja durchaus schon mal vorgekommen dass ich losgefahren bin das gar nicht gemerkt habe und dann das schneidwerk ziemlich weit entfernt wieder einsammeln durfte aber hier ist es noch am start ok na gut der Drescher fährt halt nur 25 was willst du machen oh vielleicht sogar eher 20 aber sobald wir abbiegen von der Hauptstraße macht das auch gar keinen Unterschied mehr weil viel schneller könnte ich dann auch gar nicht mehr fahren ich habe gedacht der wäre schneller so hier ist die Baustelle ne da kommt man tatsächlich nicht wirklich durch und ich meine hier muss ich rein so von außen gucken guckt mal wie schön das hier aussieht mit dieser Baustelle und allem so muss es sein sehr sehr cool ich sag mal jetzt noch nichts zum Weg ja jetzt kann ich was zum Weg sagen ich habe das Gefühl man kommt sehr gut durch boah ist das ein Bild sehr cool das ist eine schöne Stelle der Klaas geht fast ein bisschen unter aber sehr nice ich glaube ich habe bei der letzten Folge geschrieben dass es ein 98 Mega ist aber es ist ein 98 Maxi so schön langsam hier durch und jetzt würde ich und jetzt würde ich nämlich das Schneidwerk ich hätte versucht es hier irgendwo abzustellen um es runter zu nehmen ich habe ein bisschen bedenken ich fahre hier nochmal ich versuche hier einen Ticken hoch zu kommen ne das ist nicht optimal das ist nicht optimal auch eine andere Stelle ich habe Angst dass ich da mit dem Drescher dann runterrausche und nicht wieder hochkomme ob ich mit dem Schneidwerk wenn ich es anhebe hier durch diese kleine Lücke komme oh erst mal müsste ich dafür auf meine Wiese drauf kommen das passt auch so nicht müsste ich einmal komplett drum rum fahren kriege ich das da rückwärts rein oder vielleicht kann ich es hier hinten irgendwo ah hier sind überall Zäune das gibt es doch nicht so dann müssen wir es hier bei den Nachbars irgendwie einmal aufnehmen die werden ja sicher nichts dagegen haben so und dann hoffe ich dass ich das so hoch angehoben bekomme dass ich da durchkomme so dass ich aussteigen kann ja passt sehr gut jawohl nicht abgeschmiert das ist schon mal ein guter Anfang und ja unsere Wiesenwalze wartet auch noch auf uns und eigentlich wollte ich das ja machen ursprünglich aber ich hatte da auch gar nicht mehr auf dem Zettel dass wir noch mehr achso Moment so dass wir noch mehr Getreideflächen haben dies hier erstmal gilt zu bearbeiten würde ich mal behaupten so komme ich über den Schneidwagen hinweg ja das ist gut und jetzt hoffen dass wir hier nirgendwo hängen bleiben schön langsam vorsichtig es sieht ganz gut aus das scheint zu passen großartig jawohl jawohl doch doch das passt das passt oh Gott ich muss hier irgendwie drauf Freunde schaffst das gerade so gerade so sehr schön so Klaas in Position bin sehr gespannt wie der sich jetzt schlägt Bob einmal aufklappen bitte der ist dem New Holland ja ziemlich ähnlich würde ich mal behaupten absenken geht das schon nee 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 wir sind noch zu sehr hier am Geländer aber ich werde das hier schon abdreschen müssen um auf die Fläche zu kommen werde jetzt so eine Schneise rein arbeiten laut ist er so ich will mir ja hier nichts kaputt fahren weder im Weizen noch am Fahrzeug deswegen mal direkt rein er ist sauber aber er ist schneller gefühlt 10 kmh wobei das kann jetzt natürlich auch an der Fläche liegen aber wenn wir so schnell durchkommen ist es schon mal ein gutes Zeichen für mich weil der New Holland ähm der hat sich dann ja festgefahren irgendwie und ja es schmierte ja sowieso alles ab ich hätte gern noch Strohablage wie schalte ich das noch um war das Steuerung Z nee das war es nicht war es Z nein Y ich weiß es gerade echt nicht mehr wie war denn das noch mit der Strohablage Drescher zuklappen abschalten wird einem auch nirgendwo angezeigt hier ne ärgerlich Steuerung Y Nein Y nein Z nein U Steuerung U ich habe keine Ahnung mehr wie man das umstellt oh no wisst ihr was ich kurz mache ich pausiere euch kurz und gucke kurz nach bis gleich so Freunde habt ihr gar nicht gemerkt ne ich war kurz weg guck mal da bewegt sich was schön animiert ich mache es nochmal aus dann haben wir quasi den Strohhäcksler so wie eben und jetzt wechseln wir auch die Strohablage so hoffe ich jedenfalls es ist die Kommataste hatte ich nicht mehr drauf ihr habt wahrscheinlich alle gedacht Komma 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 Wechseln Komma ja ich habe es natürlich schon ein bisschen verschenkt hier aber ok yes so wollte ich es haben ne schöne Strohablage sehr gut kann ich verkaufen kann ich zu den Schafen und Ziegen bringen und sollten wir irgendwann mal dieses Gebäude hier drüben unser eigen nennen dann können wir es auch zu den Pferden bringen so hier an der Anhöhe hat man gar nicht gemerkt dass ich das Schneidwerk hochgenommen und wieder abgesenkt habe so jetzt hoch hoppla aber der ist schön wendig das gefällt mir also der fährt sich echt gut muss ich sagen gefällt mir gerade ausgesprochen gut der Drescher mal Innenansicht angucken ja man hat auch echt ganz guten Überblick hier also das Schneidwerk 5,50 Meter müsste es haben ist gut zu überschauen Rückwärtsgang sehr zügig der macht Spaß das ist krass cool sehr schön damit kommt man wirklich zügig voran hier das hat was da habe ich glaube ich aufs richtige Modell getauscht ohne dass ich hier sofort so ein modernes Gerät hingestellt habe das würde ich mir dann doch ganz gerne erarbeiten wollen kommentiert gern mal ob ihr auch auf der Karte angefangen habt als neuer Farmer mit dem Start Equipment und ob ihr also ich bin immer noch in der Version 1.0 auf der Karte ich habe keine Aktualisierung bisher durchgeführt ob ihr in der Version die gleichen Probleme mit dem New Holland hattet oder nicht bei mir kann es natürlich sein dass das mit einer meiner etwaigen Mods einfach nicht zusammenpasste ist natürlich auch eine Möglichkeit so hier gucke ich mal dass wir so drum rum kommen jawohl das habt ihr passt ist gut machen wir noch ein zweites Vorgewende und nehmen vielleicht auch mal ein Bild wie ich gerade aus der Spur komme weil ich von der Seite gucke guck mal wie schön das hier hinten weg dampft so wie machen wir ein schönes Bild vielleicht mal so ich hätte den Dominator natürlich auch gern hier in Action fotografiert vernünftig dann sieht man nur nicht mehr viel von der Landschaft hier auf der Position egal machen wir mal so dann bremsen wir direkt weil ich gerade voll aus der Spur komme und das hier noch gut korrigieren kann wow da macht sie echt gut sehr schön einfach so rumgekommen weil ich da die Ecke drin hatte sehr gut tanktechnisch jetzt schon bei 62% ich glaube 5200 Liter gehen hier in den Tank also schon begrenzt und da wir hier oben gerade den Fiat Agri stehen haben würde ich jetzt auch einmal eben abtanken und den hier auf die Fläche holen dann müssen wir nicht ganz so weit laufen und ticken noch schon mal leicht in die Kurve einlenken und dann einmal eben hier unseren Abfahrer dazu holen schon mal öffnen dann sollte das gut hinkommen jawohl so mehr Platz für den Drescher lassen achso dich kann ich aber ausmachen müssen ja Benzin sparen ne Sprit ist teuer ok überladen dauert ein bisschen jetzt ist er durch dann hoffe ich dass ich jetzt nicht zu dicht dran stehe aber das sieht gut aus glaube ich ich sehe ja nichts durch den Baum könnte gepasst haben ohne den Fiat anzuditchen Weizen werden wir ein bisschen zusammen haben wäre echt noch eine Überlegung auf einen Hühnerstall zu gehen am liebsten natürlich einen großen damit es viele Eier gibt die wir verkaufen können aber ich wüsste nicht wo ich den hier platzieren soll am Hof wäre hinter unserem Haus vielleicht noch ein bisschen Platz hinter unserem Haus hinter dem Hof äh hinter dem Stall quasi bei den Schafen und Ziegen da wäre vielleicht noch ein bisschen Fläche dafür vorhanden es gibt ja so ein paar Modelle die sich dann auch dem Terrain anpassen das könnte noch eine Überlegung sein ja wenn man nicht ganz so schnell um die Ecke fährt dann klappt das auch mit dem Rumziehen sehr gut eine Runde kann man noch machen vom Abladen hier korrigieren ich habe das Schneidwerk auf die kurze Strecke jetzt mal nicht angehoben ich hoffe das ist auch okay kurz langsamer werden und mal checken von hier vielleicht noch ein Bild mitnehmen dann wäre der Abfahrer so schön im Background wir hätten den Dominator hier vorne den Abfahrer da hinten das ist doch das ist ein cooles Thumbnail oder das ist schön das gefällt mir sauber jetzt haben wir das Thumbnail im Kasten natürlich wieder die Strohablage dafür unterbrochen sehr gut ja keine Ahnung was hier wieder passiert ist er ist wieder auf einmal selbstständig weitergefahren das macht mir Sorgen ich weiß nicht warum es war nicht der Helfer auf jeden Fall und ich kann eigentlich an der Seitenkonsole nicht auf die Tempomat-Taste gekommen sein ich hoffe dass mir hier jetzt nicht wieder das gleiche passiert mit dem Speicherstand wie zuletzt das wäre sehr sehr ärgerlich benutzt mal lieber jetzt die Tastatur aber wenn wir so weitermachen hier dann könnten wir diese Fläche heute sogar schaffen schön in diesem Tempo bleiben dann passt das und hier vielleicht auch noch mal ein kleines Bildchen mit dem Hof im Background für unseren Community Hub Ja die Fläche ist wesentlich besser zu bearbeiten als die anderen da geht noch was wobei ich mir gerade nicht sicher bin ob ich eine ganze Runde schaffe könnte fast eng werden dann fahren wir mal kurz ran sicher ist sicher sonst muss ich nachher den ganz langen Weg fahren das wäre auch doof dann fahren wir lieber jetzt einmal an so einmal überladen dann bitte kann man da jetzt so drin geht so viel 7000 also es sind jetzt keine Unmengen die hier zusammenkommen und weiter jetzt machen wir das mal so sollte nur nicht zu schnell fahren theoretisch könnte ich den Abfahrer mit Follow Me jetzt fahren lassen dass er nebenher fährt aber auf die kurzen Wege hier bis er sich dann wieder eingependelt hat fürchte ich bin ich dann schon wieder auf den nächsten Geraden aber es läuft doch ganz gut würde ich meinen ja ich muss sagen ich glaube ich werde Fan von diesem Drescher schöne Maschine was sagt ihr habt ihr den auch schon mal ausprobiert und was sagt ihr wenn ihr den hier so seht bezüglich der hier auf einmal ist ne auf der Straße habe ich noch gedacht oh krass das ist mal langsam aber der beschleunigt tatsächlich sehr schnell sehr zügig kann man nicht meckern kann man nicht meckern also wer den auch haben möchte muss man nach dem Glass Dominator Pack gucken auf Forbidden Mods müsste ich das höchstwahrscheinlich gezogen haben ich bin eigentlich nur im Mod Hub und auf Forbidden Mods unterwegs oder aber über Corn Hub beim Randy dann kann man sicher sein dass man auch die Original Mods bekommt so habe ich es jedenfalls mal mitgenommen oder habe ich ein bisschen was stehen lassen guck an das muss ich dann am Ende ja nochmal wegholen so geht es nicht auf der Seite wahrscheinlich auch oder ah ne da habe ich besser gearbeitet ok aber innen ist es echt um einiges ruhiger ne sehr schön abgedämmt so das dürften jetzt schon so die letzten zweieinhalb Bahnen sein vielleicht auch nur zwei mal gucken ich bin nicht alle optimal gefahren vor allem hier nicht aus der Innenansicht aber sehr schön wir machen hier heute die nächste Fläche fertig das läuft doch wie am Schnürchen vielleicht kommt es sogar hin dass das hier nur noch eine Bahn ist das wäre natürlich das wäre natürlich die Lüx das sieht sogar echt gut aus das sieht sogar echt gut aus wenn ich da jetzt nichts habe stehen lassen ah ne ok hier ist nochmal ein bisschen breiter da war ich nicht ganz sauber unterwegs würde ich sagen so so letztes Stück Bahn und dann noch da hinten den Fitzel einmal einsammeln warum steht hier an der Seite eigentlich das Schneidwerk so ab und auf der Seite nicht wer von euch kann mir das erklären was ist dafür der Grund muss ja einen geben so haben wir das auch noch dann wollen wir mal einsacken und einsammeln so dann können wir eigentlich der lädt hier ja gerade da kommt vom Überladen nehmen wir noch Bildchen mit ja alles Spiegel verkehrt hier oh Gott oh Gott schwierig so während der überläht einmal kurz gucken wir müssten eigentlich hier längs kommen dann auch mit Schneidwerk ja wir fahren dann von hier aus auf die Dinkelfläche auf ist auch erntereif müssen wir dann als nächstes wahrscheinlich angehen und pressen haben wir auch noch ich denke mal die Fläche hinten wo ich schon ein bisschen angefangen habe kann sein dass ich die Offline dann schon mal fertig mache jetzt fahren wir aber erstmal zum Silo und wir fahren bewusst jetzt hier den längeren Weg ich könnte auch hinten rausfahren dann wäre der Weg natürlich kürzer komme ich hier rum nach rechts ist natürlich dann ist wirklich lang aber doch das passt noch mal zumachen da kommen wir dafür aber auch gleich richtig am Silo an ist auch gut oh hier ist die Schranke noch unten einmal öffnen bitte Dankeschön schließen mache ich dann wenn ich wieder auf dem Rückweg bin weil wir dann ja den Dinkel dreschen wollen ja und dann haben wir noch Fläche zwölf und dann geht es natürlich auch noch ans aufbereiten hier so einmal hier ran sollte passen ich glaube wir kippen den jetzt ich bin so dicht dran gefahren dass wir den jetzt gegen die Wand kippen jo der wird gleich schön abheben großartig ist er leer yes ist leer gut was haben wir denn hier jetzt so drin kann man das sehen Weizen 45.000 Liter Weizen haben wir jetzt aktuell mehr ist hier auch noch nicht drin tatsächlich zwei Kammern haben wir ja gut das war doch im Grunde eine schöne Punktlandung würde ich sagen hier 43 fast 44 Minuten guck mal noch einmal hier längs die Fläche ist soweit ready und hier habe ich schon angefangen ein bisschen Ballen zu pressen ich denke mal das werde ich noch fertig machen und die andere Fläche können wir dann ja wieder zusammen müssen wir mal schauen vielleicht ziehe ich die auch vor dass wir dann in die Bodenbearbeitung kommen weil zwei Felder sind noch haben wir ja noch und dann kommen auch noch die Wiesen also müssen wir uns ran halten ich hoffe es hat euch heute gefallen war jetzt mal was anderes mit dem Klaas Dominator zu dem ich nochmal zurück während ich Schluck auf bekomme ganz großartig Mann so da ist er noch mal ich finde den tatsächlich ziemlich cool muss ich sagen jetzt auch jetzt ist er auch schon abgerockt das geht ziemlich schnell muss ich feststellen ich hoffe der wird nicht so komplett Silber wie ich das vom Unimog kenne von der Italia Emilia der dann in Chrom unterwegs war auf einmal aber nee Zustand sieht eigentlich noch gut aus wunderbar dann ist das wohl eher so eine Alterserscheinung so machen wir den mal aus Juti schreibt mir gern mal was ihr so zu dem Gerät sagt ich hoffe die Folge hat euch gefallen vielen Dank fürs Einschalten lasst mir gern einen Daumen da schreibt mir gern einen Kommentar lasst mir gern ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf der Land of Italy wieder bis dahin danke euch ciao ciao